30 kmh in eine 3 kmh frau richtig slow motion dann kommt schon her was macht die da noch da ich bin doch da ja ich sehe es guck mal wie langsam die ist wirklich beruhl die da kommen doch hinter dann ist mir sowas von egal sie hat wird noch noch mehr ich habe nicht mit dir gerät das mit den typen gefragt ob der typ her kommt aber nein ich glaube ich habe gesehen wie seine frau gestorben ist sehr traurig also ich würde doch krebs neuer ich würde davor gut ausrasten die kann die ball sind ja nicht besonders intelligent obwohl die viel intelligenter gemacht wurden lustig wenn man hier drin bunny hoppen könnte ey guck mal das noch wer das ist der von eben durch ist wichtiger guck dir das mal an wie langsam der geht nein nichts zu verlieren komisch angehört doch ich habe gespeichert das kannst du dich machen war der speicher auch mal die vögel auch gerne kommen wir legen die mal da rein hat die schön warm hast du dir mitgebracht wo ist der andere typen ach so ich ziehe mich war mit nur ich an oder ich habe nur 14 die nette dame hier verbrennt dann nehme ich mir die ganzen knochen machen und ich bin man braucht sechs knochen oder ich mal da rein springen dann bist du tot haben wir denn alles an warte mal kanninchen was macht er da mit seinem bein ich mache mir mal kurz knochen okay angezogen hallo europa 3 9 verschreibt da einfach nur hei also wollen wir jetzt mal runter gehen ja immer weiter was ist durchgerutscht ja mit schiff kann man runter ich bin mir nicht sicher ob er kann überall waren aber sollte auf jeden fall nicht sein oder 1 2 also es könnten 1 2 kann die beiden seien so und hier soll jetzt irgendwo ist also ach ja ist hier in der nähe dann kommen wir mal die ganzen klamotten mit teamy picture na ja wir haben einen hinweis von teamy dass wir dahin gehen sollen wo die wand zu klaus musik klaus er ist erst nicht schlimm der konnte ja der kommt nicht komm mit der soll ruhig sein ich mag reagieren da kommt jemand hinter uns oder nein da kommt keiner ja folgen ist ja gut mir einfach folgen ja ja ich hoffe warte ich zung mal meine axt an dann sieht man mehr ah gut oh oh das war viel geld ja wo ist das wo dann wo dein ex ding ist ganz woanders okay ich dachte die holen wir gleich war doch so oder ja ach zu da wollen wir wieder raus oder also ich habe meine uhren sind meine uhren sind voll dann würde ich sagen rüste ich mal das katana aus wir können los das katana kann man ausrüsten oder was komm mit komm mit komm mit wenn du los hast hier so ein kisten mit zu trinken ok jetzt müssen wir dadurch und hier findet man die plastic torch also die taschenlampe hast du weil ich rüste die mal aus ja habe ich eine lampe an hier nehmen wir mal die ganzen sodas mit trinken zehn dosen ich auch aber jetzt nur noch neun ok wie geht es uns gut bestens ja kann besser sein so was wollen wir uns holen die moderne axt ja ich weiß wo die ist ey pass auf das galopp in heinz nicht kommt ist zwar unwahrscheinlich dass er kommt aber könnte möglich sein ach guck mal siehst du den da hinten ja oh scheiße kommt da ist nicht schlimm wir können einfach runter gehen hast du dich gerade vernetzt nein ich habe so gehört ja das ist nun mal gut dann gehe ich mal wieder hoch hier wir sind dann schon wieder draußen aber ich finde wenn man den modernen filter anwachsen irgendwie alles viel besser aus so viel grüner schlampe jetzt nicht an ausmachen mit 11 wunderbar haja kakasen das kommt ihr nicht mehr so leicht davon hat ihr lacht die wieder ist er ist auch als kein feld bekommt hier sind ja auch ein feld bekommen ist 321 bekommen haben oder nicht weiter so nah an ein mikrofon bleiben ja gerne doch warum weil sonst noch ein bisschen leise bis kommen wir gehen das zum kopf und kopf sprung hey wo kriegen wir ein taucheranzug her den hätte ich auch noch gern da müssen wir erst mal zum boot aber können wir ja nach der modern ex auch in der ja krass würde jetzt eine ausrüstung schon da habe gut erst mal an hat man noch mal stehen ich bin getroffen mit dem stein es wird dunkel oder ja ja kommen wir wieder zurück und warten bis tag wird was katana ist schon sehr hilfreich jetzt wurde auch mal genervt wenn weißt du so krass war genervt ja weil das soviel der mensch gemacht hat also du meinst genutzt ja genutzt dachte gerade hey was wen hat das katana denn genervt für mich nervt also nicht und getroffen die freund von mir die nicht durch die forest kennengelernt hat spielt jetzt universe kennst du das kann man nicht schlafen doch ach so ja das hat sie gefixt da muss erstmal ein bisschen eine halbe stunde warten dass man sprechen können ich glaube diese riesen doch in der höhle dort ist der taucheranzug okay wenn du meins glaube nicht dass er da drin ist der ist ein bisschen außerhalb weiter weg soll nicht zu wissen wer hat das geschrieben der liebe euro was hast du was hat er denn geschrieben ich glaube in diesem riesen doch ist die in der höhle dort ist der taucheranzug ne ist es nicht ich weiß wo der ist wieso kann man denn jetzt nicht schlafen ich will mal gucken ob das funktioniert warte haben wir schieben versuch das jetzt mal da rein zu werfen da wollen wir dann losgehen ich meine schlafen können wir nicht ja wieso kann man das nicht so kann man nicht mehr schlafen ja sonst kann man ja jetzt ein bisschen überspringen hier ist der eisberg ja dann komm mit dann durch ein durch mehr bist du mit dem originalen color grading oder mit dem modern was sollte man erst mal ein modern modern sieht man ja viel mehr krass der voller kassen steht wenn es in der light map gebe hast du vielleicht ein seil für mich kann ich das sind irgendwie hier bewegen oder geben also sei oder ganz viel close weil ich möchte mir jetzt ein rockback machen klo habe ich jede menge okay dann gibt mir mal ganz viel close wie kann ich das machen wie kann ich die close geben ja du musst das in dieses tablet da tun tablet in dieses komische tablet tablet das heißt metall tin ray kenne ich nicht can be used to share items nehmen den rocks ach so dieses metall teil daneben den rocks das muss man dann kombinieren mit den sachen die man geben will kannst du mir bitte 10 close oder so geben auf jeden fall aber ich muss mir ich habe noch nie gemacht dass man das teilen kann ich bewahre dich oder ist wer nimmt ihn ein kleiner scherz du musst das so machen so wie als würde man kombinern ach so dann kannst du da halt so viele close und wie du willst ich brauche jeden fall viel ja und da kann ich nun ein seil draus machen nein tu das close und das tablet kombinern und dann nimm das tablet in die hand dann kann ich mir das nehmen ich verstehe gerade nicht was mich dass aber